Hallo, einen wunderschönen guten Morgen da draußen, YouTube und der Rest der Welt. Was macht man um, ich schaue mal auf die Uhr, 5.20 Uhr morgens, wenn man nicht schlafen kann? Ja, man redet über Aktien. Heute möchte ich über die Daimler-Aktie sprechen, eine Daimler-Analyse machen. Ich finde das Wort so toll, die Analyse und habe jetzt mal gelesen, dass es getrennt ist aus dem griechischen An-A-L-Ü-S-E. Aber ich finde es viel lustiger, wenn man sagt Analyse. Soviel zum Thema, wenn man nicht schlafen kann, dann macht man sich solche Gedanken. So, wir kommen aber jetzt zur Daimler-Aktie und schauen uns mal kurz die Seite an. Dann gehen wir auf meinen Broker. Das ist die, da schaue ich gerade drauf, das ist die ING-DiBa. Und da bin ich seit vielen, vielen Jahren sehr, sehr zufrieden. Und ja, es gibt noch natürlich andere Banken, wo man sein Aktiendepot haben kann. Wenn ihr kein Aktiendepot besitzt, ruft einfach bei eurer Bank an und fragt einfach nach. Dann gehen wir als nächsten Punkt mal in mein Wikifolio. Das ist mein Portfolio, in dem ich mit Aktien handele. Und da habe ich die Daimler-Aktie mit drin. Das schauen wir uns gleich an. Wir machen eine kleine Analyse und schauen uns das Ganze mal an, warum ich die Aktie gekauft habe, warum ich sie gut finde oder schlecht finde. Sollen wir sie halten? Sollen wir sie verkaufen? Sollen wir sie kaufen? Das gucken wir uns jetzt gemeinsam an. Aber an dieser Stelle möchte ich noch ganz, ganz, ganz kurz sagen, und zwar, dass das ein Spaßkanal ist. Den betreibe ich privat für mich. Und wer an meinem Leben teilhaben möchte, ist doch umso schöner, wenn ihr da das Gleiche macht wie ich. Solltet ihr Fragen haben zu eurem Vermögen, bitte fragt einen Steuerberater, einen Fachangestellten von der Bank oder jemand mit IHK-Abschluss oder ähnlichen Sachen, die da einfach die Erlaubnis haben, im Wertpapiergeschäft zu beraten. Also in dem Sinne machen wir hier eine gemeinsame Analyse und bereiten uns jetzt mal hier vor. Und zwar, jetzt mache ich hier das Video mal kurz weg. Und zack, gehen wir mal auf die Daimler-Seite. Mir gefällt Daimler besonders gut. Ich zeige mich nochmal kurz. Ist vielleicht ein bisschen persönlicher. Ich habe bei Daimler gearbeitet und 1996 habe ich dort angefangen. Ja, das ist schon ein bisschen her. Wie alt schätzt ihr mich denn? Und habe dann, glaube ich, bis zum Jahre 2002, ja, die Krise mit den Wolkenkratzern in New York habe ich noch mitbekommen. Da war dann die S-Bahn leer am nächsten Tag und war ziemlich tragisch. Ich weiß noch, da hatte ich Schicht und wir haben das gelesen und waren total entsetzt. Nichtsdestotrotz, ich habe da gearbeitet. Das ist jetzt die MTU Motoren- und Turbinenunion in München oder bei München in Karlsfeld. Und war halt die Daimler AG früher, Daimler Chrysler AG. Und ja, ich habe die Firma lieben gelernt. Ich mag es. Ich mag die Autos und habe selber einen 1965er Daimler Benz gefahren. Und wenn ich jetzt nicht vergeht. Leider habe ich mich getrennt. Ich bin jetzt Student mit 37, als habe ich mein Alter doch gesagt. Und schweren Herzens habe ich mich von meinem Oldtimer getrennt. Hat Kosten. Man muss ja immer ein bisschen was schrauben. Die Garage kostet hier in München über 100 Euro. Ja, 100 Euro. Wie pervers ist das? Und habe mich dann getrennt, weil sieben Jahre hatte ich ihn in der Garage. Genau, sieben Jahre. Traurig ein bisschen. So, wir gehen jetzt hier weiter und gehen auf die Analüse. Und schauen uns die Daimler Seite mal an. Die mir im ersten Blick, sage ich mal, so ein bisschen trocken vorkommt. Wie so eine Seite, die man so selber machen kann. Aber nichtsdestotrotz, die ist sehr schlicht gehalten und sehr, ich sage mal, designt. Ja, das ist ja auch etwas, was zu Daimler Konzern passt. Hier kann man natürlich hier ein bisschen rumklicken. Ich packe euch die Links auch unten in die Seite rein. Habt da keine Angst, alles passt. Man kann hier so ein bisschen durchklicken. Ich habe mich vorhin schon ein bisschen schlauer gemacht. Und ja, haben doch ganz schöne Fotos hier, was man so alles haben kann. Hier das neueste Modell. Ja, ist bestimmt ein 2.18er Modell. Und, Entschuldigung, muss selber so viel lachen. Und man kann es einfach nicht ernst nehmen. Aber hier gibt es dann Strategien etc. etc. Wenn man hier dann doch Kontakt nehmen möchte mit der Seite, kann man hier unten ins Impressum schauen. Und so weiter und so fort. Wir gehen jetzt einfach mal weiter. Und zwar auf die Analyse. Und schauen uns das Ganze mal an. Warum ist die Aktie interessant, warum nicht? Ich habe jetzt gelesen, das ist die Volksaktie. Die Bank Deutschlands. Ja, warum? Keine Ahnung. Sie zahlt eine satte Dividende. Die ist auch schön. Die schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. So, die Seite machen wir hier zu. Batsch. Und sind hier auf den Gieber. Das ist die Bank, bei der ich selber seit vielen, vielen Jahren bin. Ich glaube seit, boah, guten 10 Jahren. Aber so genau weiß ich das jetzt nicht mehr. Da habe ich selber ein Depot drinnen. Und ich packe euch unten in den Link eine Videoreihe. Die nenne ich Aktiensparplan. Mit dem Aktiensparplan möchte ich irgendwann aussteigen. Und da ist der Sinn dabei, dass ich monatlich Zinsen bekomme, monatlich Dividende. Das zeige ich euch dann auch. Wir suchen jetzt die Daimler AG aus. Daimler. Zack. So, hier ist die Daimler AG. AG steht für Aktiengesellschaft. Und damit es hier nicht ganz so unpersönlich wird, wie in manchen Videos von anderen Leuten, mache ich mich mal hier ein bisschen kleiner. So, die Daimler AG ist ein Fahrzeugunternehmen, macht Luxusfahrzeuge. Ihr kennt die. Jeder fährt so ein Ding irgendwie auf der Straße, hat man das Gefühl. Und ich war mal in Antalya und da hat mich ein Taxifahrer gefragt, ob wir Mercedes-Taxis haben. Da habe ich gesagt, ich glaube, wir haben nichts anderes hier in München. Und der kann das nicht verstehen, der Taxifahrer in der Türkei, dass wir solche Luxuskarten als Taxis haben. Wir gucken uns das jetzt hier mal an. Wenn wir uns die Aktie mal anschauen, etwas genauer, man kann hier reinklicken und einen größeren Kurs anschauen. Das ist ein Maximalwert bis 2007. Und wir erkennen, dass die Aktie mal hier bei 80 Euro war, dann ist sie runtergegangen. Da war ja dann die Finanzkrise. Hätten wir schön einsteigen können. Dann ist sie wieder hoch. Hier haben die Leute wahrscheinlich Muffelsausen bekommen und verkauft. Dann ist der Aktienkurs runter. Wer das nicht weiß, der Aktienkurs alleine ist immer abhängig vom Kauf und Verkauf der Leute. Also wie ich und du. Und das hat jetzt nichts zu sagen, was der Konzern jetzt gerade macht. Wie beim VW-Skandal, Abgasskandal, war die Aktie einfach mal mehr wie die Hälfte. Von 200 noch was Euro auf 90 Euro runter. Nicht, weil der Konzern am nächsten Tag gesagt hat, wir sind insolvent. Das ist einfach nur der Verkauf der Leute. So, wir gucken uns uns weiter an. Wir sehen hier einen Verlauf bei 60 Euro. Dann hat sich wieder nahezu halbiert. Dann wieder verdoppelt. Dann gab es einen Höchstkurs. Den schauen wir uns mal an. Bei 91 Euro. Das war ja dann im Jahre 2015. Dann ist das Ding wieder runter. Und jetzt sehen wir hier einen Aufwärtstrend. Also wenn wir hier die Linie verlängern, einfach hier nach oben ziehen, sehen wir einen Aufwärtstrend. Man kann auch sagen, dass die Aktie der Daimler AG ist ja wieder im Munde. Und wenn sie im Munde ist und positive Nachrichten überflutet, dann kann man davon ausgehen, dass die Leute wieder mehr kaufen und der Aktienkurs steigt. So, wir hatten ja einen Höchstwert über 90 Euro. Und somit ist unser Risiko nicht so hoch, dass der Aktienwert hier nach unten ballert, sondern eher tendenziell nach oben geht. Und wir müssen ja auch sagen, es ist ja schon Mitte Januar. Und im Mai gibt es die Ausschüttungen für die Daimler Aktienbesitzer oder Aktionäre. Und somit steigt der Kurs höchstwahrscheinlich, weil viele auch die Dividende abgreifen wollen, die eigentlich lukrativ ist. Das schauen wir uns jetzt auch mal an. So, wo ist denn die Analyse hier? Und wir sehen einen Wert, der sich zeigen lassen kann. Und zwar eine Dividendenrendite ausgerechnet von 4,6 auf 5%. Ja, wo kriegt man denn die 5% noch? Bestimmt nicht auf seinem Sparbuch. Wer weiß das von euch? Auf dem Sparbuch gibt es meistens gar nichts mehr. Und so viele Girokonten kosten mittlerweile was, wenn man nicht einen bestimmten Nettowert verdient. Und ich glaube, bei mir ist es bei der Commerzbank, muss ich nochmal nachschauen, bitte nagelst du mich nicht fest, aber ich glaube, 1200 netto muss man verdienen, dass das Girokonto kostenfrei bleibt. Hier sieht man eine Dividendenrendite von 4,5%. Und man bekommt für eine Aktie 3,25 Euro für 2016, 3,25 Euro für 2017. Und hier, das sind Werte, die geschätzt werden. Man weiß ja nicht, was da so passiert in den nächsten Jahren. Ich kann nur sagen, bei einem Wert von über 3 Euro, also 3,25 Euro war es hier, genau. Schnappen wir uns mal einen Taschenrechner. Es ist immer besser, wenn man das visualisiert, dann könnt ihr das so ein bisschen nachvollziehen. Also, ich habe jetzt 150 Aktien von der Daimler AG in meinem Wikifolio-Portfolio. Und wenn ich die Aktie nicht veräußern sollte, bis Mai, wenn die Hauptversammlung ist, da können wir auch mal gucken, wann die ist, und würde ich bekommen mal 3,25 Euro. Also nur fürs Rumliegen 487,50 Euro. Wer weiß das? Wir haben einen Sparerpauschalbetrag oder Freibetrag von 801 Euro. Und die 487,50 Euro würde ich dann nicht versteuern. Außer ich komme über die 801 Euro pro Jahr. Und dann würde man es versteuern mit einem Pauschalbetrag. Ja, ihr könnt mir gerne Kommentare drunter schreiben, wenn ihr Fragen habt. Ich gehe darauf sehr, sehr gerne ein, weil es mir einfach Spaß macht. Ich könnte den ganzen Tag Tabellen lesen und so weiter und Aktienanalysieren, weil ich es einfach geil finde. So, wir gehen dann einfach mal hier auf den Punkt. Wenn wir nicht verkaufen, würde ich sagen, halten wir die Aktie. Ja, wenn wir Aktienkurs, also wenn wir teurer gekauft hätten. Zum Beispiel, ich mache das mal wieder kleiner. Zum Beispiel, wir haben hier einen Kurswert gehabt von über 90 Euro. Das heißt, wir sind dann im Minus. Und wenn ihr diese Aktie gekauft habt für 90 Euro, einfach behalten. Alles, was ihr im Minus seid, ihr bekommt ja satte Dividende. Aber natürlich macht es hier wenig Sinn, wenn ihr zwei, sagen wir mal, zehn Aktien habt, mal 3,25. Dann ist das halt 32,50 Euro. Ist halt nicht wirklich besonders viel. Man kann sich da kaum eine Aktie davon kaufen. Also, ja, in Diba-Aktie, glaube ich, zweimal. Die kostet 15 Euro. So, wir schauen uns uns nochmal ein bisschen genauer an bei der Analyse. Was da so drin steht. Und wem es interessiert, hier steht der Gewinn pro Aktie drin. Wie viel Umsatz die Aktie macht hier, über 140 Euro. Und der Buchwert von der Firma liegt so bei 50 Euro. Das heißt, der Aktienkurs ist höher gelaufen durch die positiven Meldungen. Von meiner Seite her kann ich einfach nur sagen, für mich ist es eine Halteposition, weil der Kurswert steigt ja. Aber wir gucken uns gleich mal an, in meinem Wikifolio, was ich mit der Daimler AG vorhabe. Und das schauen wir uns jetzt sofort an. Aber nochmal kurz dazu, wer die Aktie besitzt und im Minus ist. Einfach halten. Man bekommt Dividende und keine Panikverkäufe bitte. Und der, der die Aktie nicht hat, kann auch ruhig einsteigen und die Dividende kassieren. Man kann auch schön einen Sparvertrag machen. Und zwar, der sieht dann hier aus, man kann das bei fast jeder Bank machen, einen Sparplan. Und spart zum Beispiel 50 Euro in die Aktie. Man bekommt dann keinen ganzen Anteil. Aber so sammelt sich das an und einmal im Jahr kriegt man Dividende. Ich sehe das so als Urlaubsgeld. So einmal im Mai bekommt man Urlaubsgeld. Und so ab 100 Aktien wird es dann schon interessant, wenn man so 300 Euro Urlaubsgeld bekommt. Ist doch geil, oder? So, wir machen weiter. Gehen jetzt hier zu meinem Wikifolio. Hier habe ich einen Account mit 100.000 Euro bei der Bank Lang & Schwarz. Ihr könnt auch mein Zertifikat kaufen. Ich zeige euch das mal. Wenn man die Nummer einfach übernimmt, findet ihr meinen Kurswert. Und könnt bei jeder Bank einfach mein Zertifikat kaufen. Ein Anteil kostet jetzt hier um die Schlappe 97 Euro. Was bedeutet das auf Deutsch? Schaffe ich es, mein Depot hier zu verdoppeln? Also von 100.000 Euro auf 200.000 Euro zu bekommen? Dann habt ihr den Kurswert statt 97 Euro knappe 200 Euro. Das ist dann auch schon geil. Also schauen wir uns doch jetzt mal die Daimler AG an. Ich habe die Daimler AG gekauft. Und zwar hier ist die Daimler AG. Keine Panik, ihr bekommt den Link und dann könnt ihr auch hier mein Zertifikat anschauen. Hier möchte ich aber nochmal kurz sagen, dass ihr bitte hier die Verträge anschauen solltet von der Lang & Schwarzbank. So, jetzt wieder zur Daimler. Daimler, 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 Daimler ist wo? Bei D wahrscheinlich. Hier, Daimler. Und zwar, der Kurswert ist hier abgeschlossen mit 73,78 Euro. Wir gucken uns das jetzt mal hier an. Wie war der hier abgeschlossen? Jetzt weiß ich es nicht mehr auswendig. 73,90 Euro, das hängt je von der Handelsplattform ab. Ich habe 150 Aktien drin, bin hier im Plus mit 136,80 Euro, knapp 1%. Was ich aber mir vorgenommen habe, es ist sehr wichtig, dass man sich Ziele setzt. Möchte ich Dividenden kassieren einmal im Jahr und der Kurs ist mir egal, dann lässt man das einfach so. Ich persönlich brauche ja das Geld, beziehungsweise will ja das Depot verdoppeln und verdreifachen und verzehnfachen. Und deswegen brauche ich die Kohle. Ich habe mir ein Ziel gesetzt und zwar von einem Kurswert von 76 Euro, der realistisch ist in den nächsten ein, zwei Monaten. Und dann verkaufe ich das auch mit einem Gewinn von 450 Euro. Wir schauen uns das mal hier an. Und zwar die Daimler AG. Ich habe das gleich hier unten limitiert. Genau, ein Limitverkauf bei 76 Euro. Fazit zur Analyse, damit das Video auch nicht zu lang wird. Daimler AG ist ein Weltkonzern mit supergeilen Karren. Bringen wir es mal auf den Punkt. Kein Dieselskandal wie bei der VW. Warum auch Dieselskandal? Ich kann es immer noch nicht nachvollziehen. Ich werde mal einen riesen Artikel darüber schreiben. Weil uns Verbrauchern geht es doch am Arsch vorbei, was da hinten rauskommt aus dem Auspuff. Und man muss wirklich sagen, man riecht da gar nichts mehr bei den neuen Fahrzeugen. Das ist höhere Politik. Jeder will Geld. Lassen wir mal das Thema. Die Daimler Fahrzeuge sind alle geil. Was kann man noch sagen? Der Konzern ist sehr weit verstreut weltweit. Macht neue Aufgabengebiete. Möchte in der Elektrosparte der Elektroautos groß werden. Und hat sehr, sehr viel Geld für die Forschungen etc. Für die Zukunft eine Aktie, die man unbedingt halten kann, wenn man sie hat, um Dividende zu kassieren. Sehe eine Urlaubskasse aufzubauen. Verkaufen sehe ich jetzt nicht unbedingt. Um Gewinne mitzunehmen. In meinem Fall ja. Weil ich dann mit diesen 12.000 Euro andere Aktien, die ich gerade auf der Beobachtungsliste habe, kaufen kann. Sollte der Kurs wieder fallen. Irgendwann, ich habe die Daimler AG auf meiner Watchliste und werde dann nachkaufen. Und freue mich dann vielleicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr auf die Dividende. Kurz gesagt, Resümee, Aktie, Haltenswert und Kaufwert. Ich freue mich auf Kommentare. Gebt mir einen Daumen hoch, einen Daumen runter, wie ihr wollt. Aber ich freue mich auf ein Abo. Gebt mir ein Abo. Wenn ihr mir was beibringen wollt, macht das. Gebt mir Tipps. Warum nicht? Ihr hört jetzt gleich ein bisschen Musik laufen. Diese Musik ist aus meiner Musikproduktionszeit. Ich habe da hinten ein paar Überbleibsel und hier und links und unten und oben. Und hört es euch doch an. Unten ist auch ein Link für meinen Musikkanal. Ich freue mich bis zum nächsten Mal. Dann machen wir eine Analüse über die Aktie. Ich habe es mir aufgeschrieben. BMW, Siemens, Allianz und Münchner Rück. Und Vapiano Aktie. Die ist ja ganz besonders bei mir auf der Liste. Ganz, ganz, ganz weit oben. Was ich über Vapiano berichten werde. Ja, schaut es euch an. Ist es gut oder schlecht? Mal sehen. Also, bis dann. Euer Robert. Ich freue mich. Abo. Abo. Bis dann. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.